Als nächstes machen wir den Bizeps und fangen an mit dem Bizeps-Körl im engen Griff mit der Z-Handlung. Als nächstes machen wir den Bizeps-Körl einordnen, auch am Seilzug. Als dritte Übung machen wir den Bizeps-Körl zur Bizeps-Maschine. Als vierte Übung machen wir die Ahnung seiner Lieblingsübung, das Ahnung mit Bizeps-Körl im Sitzern. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Heute machen wir den Legenden-Shake, den wir schon vor 50 Jahren zu uns genommen haben und gewaltig zugenommen haben.